In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man das Krümmungsverhalten eines Graphen, rechnerisch und grafisch, anhand der ersten oder zweiten Ableitung untersuchen kann. In erster Reihe müsst ihr verstehen natürlich, was mit dem Krümmungsverhalten eines Graphen gemeint ist. Und dafür schauen wir uns jetzt eine Funktion, die ich hier eingeblendet habe, f von x, und für diesen Graphen wollen wir jetzt das Krümmungsverhalten ablesen. Einer der einfachsten Methoden dafür ist, diese Kurve als eine Straße zu betrachten, und zwar von oben, also aus der Vogelperspektive. Und sich vorzustellen, dass man auf dieser Straße von links nach rechts mit einem Auto fährt. Anhand der Art und Weise, wie man ein Lenkrad zieht, kann dann festgestellt werden, ob man sich gerade auf einer Rechts- oder einer Linkskurve befindet. Also, fahren wir jetzt los mit unserem Auto auf dieser Straße. Für den Anfang, und ich hoffe, das kann jeder nachvollziehen, müssen wir natürlich an unserem Lenkrad in Richtung rechts ziehen. Das habe ich jetzt hier mit Rot angedeutet, und das bedeutet, wir befinden uns in diesem Abschnitt auf einer Rechtskurve. Irgendwann mal kommt der Moment, wo wir wieder am Lenkrad nach links ziehen müssen, so dass wir diese Linkskurve erwischen, die hier mit grün dargestellt ist. Dieser Übergangspunkt zwischen einer Rechts- und einer Linkskurve nennt man auch Wendepunkt. Wenn wir jetzt mit dem Auto entlang dieser grünen Kurve fahren, müssen wir trotzdem irgendwann mal wieder nach rechts lenken, so wie hier wieder mit Rot dargestellt. Und das bedeutet, hier ungefähr haben wir unseren nächsten Wendepunkt. Und dort ungefähr, wo die rote Kurve aufhört, also hier, haben wir erneut einen Wendepunkt, weil wir ab dort wieder am Lenkrad nach links ziehen müssen. Schlussfolgernd können wir jetzt sagen, dass diese Kurve eigentlich vier Krümmungsbereiche besitzt, zwei rechts- und zwei linksgekrümmte Intervalle. Und diese Intervalle oder Krümmungsintervalle wollen wir jetzt ein bisschen genauer angeben. Dafür brauchen wir natürlich ein bisschen genauere Werte auf der x-Achse, die ich jetzt einblende. Also, das sind die sogenannten Wendestellen. Von links nach rechts haben wir dann eine Wendestelle bei x gleich minus 2, dann eine Wendestelle bei x gleich 3 und noch eine Wendestelle bei x gleich 6. Und übrigens, die y-Achse habe ich mit Absicht nicht dimensioniert oder beschriftet, weil die y-Werte überhaupt keine Rolle spielen für diese Krümmungsintervalle. Und jetzt brauchen wir nur noch links und rechts auf der x-Achse Grenzen. Dafür nimmt man üblicherweise nach links das Minusundendlich und nach rechts das Plusundendlich. Und jetzt können wir unsere Krümmungsintervalle festlegen. Wir fangen an mit der Rechtskrümmung, so wie in unserem Schaubild. Zuerst kommt eine Rechtskurve. Und unser erster Intervall geht natürlich dann von Minusundendlich bis Minus 2. Allerdings haben wir auch noch einen anderen Abschnitt, der rechts gekrümmt ist, zwischen 3 und 6. Deshalb schreiben wir auch noch hier zusätzlich von 3 bis 6. Übrigens, das ist nur eine mögliche Schreibweise für diese Intervalle. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, die sieht dann so aus. Also mit nach außen gedrehten, eckigen Klammern. Die haben die gleiche Bedeutung wie die runden Klammern. Also es handelt sich um offene Intervalle, wo die Grenzen nicht dazu gehören, zu dieser Intervalle. Die links gekrümmten Intervalle können wir natürlich auch noch ablesen. Also von links nach rechts. Erstmal haben wir einen grünen Abschnitt zwischen Minus 2 und 3. Und dann noch von 6 bis Plusundendlich. Und natürlich kann man auch das ein bisschen anders darstellen, so wie unten eingeblendet. Eine kleine Bemerkung noch an dieser Stelle. Ihr habt bestimmt schon gemerkt, dass unser dritter Wendepunkt an der Stelle x gleich 6 eigentlich ein Sattelpunkt ist. Das tut allerdings beim Krümmungsverhalten nicht zur Sache. Diesen Sattelpunkt behandelt man wie ein ganz normaler Wendepunkt. Und jetzt schauen wir uns an, wie wir diesen Krümmungsverhalten nachweisen können. Zwar in erster Reihe mit Hilfe der zweiten Ableitung. Das ist sozusagen der klassische Weg. Dafür schauen wir uns nochmal die Kurve von vorher an, wo ihr klar und deutlich die vier Krümmungsbereiche erkennen könnt. Und was wir ebenfalls vorher gesehen haben, ist die Tatsache, dass die Grenzen dieser Krümmungsintervalle eigentlich durch die Wendestellen der Funktion oder durch die Lage der Wendestellen festgelegt wird. Deshalb brauchen wir zum Nachweis eigentlich das Schaubild der zweiten Ableitung. Wenn ihr euch jetzt fragt, wieso sieht die zweite Ableitung so aus, das ist natürlich ein anderes Thema. Grafisches Ableiten. Das ist nicht unser Thema jetzt. Wichtig ist nur, dass ihr versteht, dass das der grobe Verlauf der zweiten Ableitung ist. Und unser Ziel ist die Zusammenhänge zwischen diesem Schaubild der zweiten Ableitung und das Krümmungsverhalten der Anfangsfunktion festzustellen. Wie ihr hoffentlich noch wisst oder auch am Schaubild sehr einfach erkennt, sind die Wendestellen der Anfangsfunktion genau die Nullstellen der zweiten Ableitung. Also ich deute sie hier nochmal an. Und wenn wir jetzt diesen ersten Abschnitt hier von links nach rechts betrachten, also diesen Bereich, wo die Anfangsfunktion rechts gekrümmt ist, dann können wir ganz einfach die Lage der zweiten Ableitung erkennen. Und zwar die zweite Ableitung befindet sich unter der x-Achse oder ist negativ. Wenn wir jetzt den zweiten Abschnitt betrachten, wo die Anfangsfunktion links gekrümmt ist, also unser grüner Abschnitt hier, dann sehen wir, dass die zweite Ableitung über der x-Achse liegt, also ein positives Vorzeichen hat. Dann gehen wir weiter, es kommt erneut eine Rechtskurve, da liegt die zweite Ableitung wieder unter der x-Achse. Und am Ende haben wir mit grün dargestellt wieder eine Linkskurve, deshalb liegt die zweite Ableitung wieder über der x-Achse. Also, daraus können wir schlussfolgern, dass die Lage der zweiten Ableitung, das bedeutet die Tatsache, ob sie über oder unter der x-Achse liegt, eigentlich das Krümmungsverhalten der Anfangsfunktion festlegt. Und das können wir natürlich auch als unser erster Krümmungssatz festlegen. Also, in erster Reihe könnten wir sagen, wenn die zweite Ableitung über der x-Achse liegt, das sind die grünen Bereiche, oder mathematisch formuliert f' von x größer als 0, dann ist f von x links gekrümmt. Für die roten Bereiche können wir dann festhalten, dass wenn die zweite Ableitung unter der x-Achse liegt, dann ist f von x rechts gekrümmt. Eine kleine Bemerkung noch an dieser Stelle, ihr werdet gleich noch einen zweiten Krümmungssatz sehen. Allerdings ist dieser erste Krümmungssatz eigentlich meiner Meinung nach der wichtigste. Der hilft uns auch dann rechnerisch, also ohne Schaubild, die Krümmungsbereiche festzulegen, wie wir dann gleich später bei den Beispielaufgaben sehen werden. Unser zweiter Krümmungssatz ist eigentlich nur eine logische Schlussfolgerung aus dem ersten Krümmungssatz, was wir bereits gesehen haben. Und bezieht sich auf die erste Ableitung. Deshalb nehmen wir jetzt unser Schaubild von vorher, wo wir die Krümmungsbereiche schon kennen, und zeichnen da rein das Schaubild der ersten Ableitung. Natürlich müssen wir auch hier bezüglich des Krümmungsverhaltens einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Schaubildern finden. In erster Reihe sollte euch auffallen, dass die Wendestellen von dieser Anfangsfunktion f von x genau die Extremstellen der ersten Ableitung sind. Ich teute sie hier nochmal unter dieser grau gestrichelten Striche an. Also, die Wendestellen sind die Extremstellen. Und die Extremstellen einer Funktion legen meistens die Monotoniebereiche einer Funktion fest. Das bedeutet, es muss einen Zusammenhang zwischen dem Monotonieverhalten der ersten Ableitung und das Krümmungsverhalten der Anfangsfunktion geben. Und diesen Zusammenhang versuchen wir jetzt nachzuvollziehen. Von links nach rechts gesehen, dort wo die Anfangsfunktion rechts gekrümmt ist, ist unsere ersten Ableitung streng monoton fallend. Dann in dem nächsten Abschnitt, wo die Anfangsfunktion links gekrümmt ist, ist unsere Ableitung streng monoton steigend oder wachsend. Dann kommt wieder ein Abschnitt mit einer Rechtskrümmung. Da ist die Ableitung natürlich wieder fallend. Und in dem letzten Abschnitt, wo die Anfangsfunktion wieder links gekrümmt ist, ist die erste Ableitung wieder streng monoton wachsend. Also können wir dann schlussfolgend sagen, dass das Monotonieverhalten der ersten Ableitung eigentlich das Krümmungsverhalten der Anfangsfunktion festlegt. Und das halten wir auch noch rechts hier fest als zweiter Krümmungssatz. Also wenn f' von x, die erste Ableitung, streng monoton steigend ist, dann ist f von x links gekrümmt. Und wenn f' von x streng monoton fallend ist, dann ist die Anfangsfunktion rechts gekrümmt. Und auch an dieser Stelle noch einen kleinen Hinweis. Dieser zweite Krümmungssatz wird hauptsächlich bei grafischen Aufgaben abgefragt, weil es viel zu umständlich ist für einen rechnerischen Nachweis. Und nach der ganzen Theorie ist das hier endlich unsere erste Beispielaufgabe. Ich werde jetzt kurz die Aufgabenstellung überfliegen, aber ich möchte euch bieten, an dieser Stelle auf Pause zu drücken, in aller Ruhe die Aufgabenstellung durchzulesen und versuchen zu verstehen. Also, gegeben ist der Graph der zweiten Ableitung f' einer Funktion f. Sind die folgenden Aussagen wahr oder falsch? Begründe deine Antwort. Dann die erste Fragestellung. Der Graph von f ist für x größer 0 eine Rechtskurve. Okay, versuchen wir das auf unser Schaubild hier zu beziehen. Also, wir haben hier das Schaubild der zweiten Ableitung. Und wir sollen entscheiden, ob die Anfangsfunktion f rechts gekrümmt ist oder eine Rechtskurve ist. Dafür erinnern wir uns zuerst hier unten an unser erster Krümmungssatz. Und anhand von diesem Krümmungssatz wissen wir, wenn die zweite Ableitung über der x-Achse liegt, und das tut sie hier, also für x größer 0, bedeutet, wir schauen hier von der y-Achse aus nach rechts gesehen, und da liegt die zweite Ableitung über der x-Achse. Also, kurz gesagt, sie ist positiv. Und wenn das der Fall ist, dann ist die Anfangsfunktion links gekrümmt. Also wäre unsere Aussage falsch, weil für x größer 0 f' von x positiv ist. Die zweite Teilaufgabe. Der Graph von f ist für x kleiner 0, das bedeutet, wir schauen jetzt von der y-Achse aus nach links, eine Rechtskurve. Gut, also, da hilft uns auch dieser Krümmungssatz, was wir hier unten haben. Und zwar, der sagt uns, wenn wir eine Rechtskrümmung haben, dass die zweite Ableitung unter der x-Achse liegen muss. Und das tut sie auch in unserer Abbildung. Also, wenn wir von der y-Achse aus nach links schauen, dann erkennen wir, dass diese zweite Ableitung unter der x-Achse liegt, also negativ ist. Deshalb können wir schlussfolgern, dass die Aussage wahr ist, weil für x kleiner 0 f' von x negativ ist. Und hier ist unsere zweite Beispielaufgabe, und zwar auch eine grafische Aufgabe. Ich überfliege kurz die Aufgabenstellung. Gegeben ist der Graph der ersten Ableitung f' einer Funktion f. Gib ein Intervall an, wo der Graph von f links gekrümmt ist. Na ja, wir haben die erste Ableitung. Deshalb müssen wir uns jetzt an unseren zweiten Krümmungssatz erinnern. Den blende ich hier unten nochmal ein. Und wir suchen einen Bereich, das links gekrümmt ist. Deshalb müssen wir schauen, bei der ersten Ableitung, in welchem Bereich sie streng, monoton, steigend oder wachsend ist. Und das ist ganz einfach zu erkennen am Schaubild, zwischen minus 2 und 1, so wie hier mit grün dargestellt. Das bedeutet, unser Intervall, ich schreibe es jetzt mit runden Klammern, wäre dann minus 2 bis 1. Und damit wäre eigentlich die Aufgabe schon erfüllt. Und hier ist die dritte und letzte Beispielaufgabe. Und hier wollen wir natürlich die Krümmung oder das Krümmungsverhalten rechnerisch nachweisen. Ich überfliege kurz die Aufgabenstellung, bestimme möglichst große Intervalle, in denen der Graph der Funktion f eine Links- bzw. Rechtskurve ist. Und vielleicht habt ihr das noch in Erinnerung. Ich habe bereits bei den Grundlagen erzählt, dass bei dem rechnerischen Amweis hauptsächlich der erste Krümmungssatz benutzt wird. Deshalb habe ich ihn zur Unterstützung hier rechts nochmal eingeblendet. Wenn wir jetzt an Krümmungsintervalle denken, dann sollten wir auch daran denken, dass wir dafür Grenzen brauchen. So wie wir ganz am Anfang bei unserem Schaubild gesehen haben, sind die Grenzen eigentlich die Wendestellen. Deshalb ist unsere erste Pflicht, die eventuellen Wendestellen zu bestimmen. Dafür brauchen wir natürlich zwei Ableitungen. Also die Funktion, die hier vorgegeben ist, werde ich dann zweimal ableiten. Entsprechend haben wir dann 3x² minus 6x minus 9. Und die zweite Ableitung wäre dann entsprechend 6x minus 6. Kleine Bemerkung an dieser Stelle, wenn ihr euch fragt, wieso brauchen wir nicht die dritte Ableitung? Naja, die Wendestellen müssen beim Krümmungsverhalten Untersuchungen nicht nachgewiesen werden. Deshalb reicht es, wenn ihr immer nur zwei Ableitungen bildet. Jetzt nehmen wir natürlich die zweite Ableitung und setzen es gleich 0. Das ist die sogenannte notwendige Bedingung zur Bestimmung der Wendestellen. Und für uns eine sehr, sehr einfache Gleichung zugegeben. Also wir haben dann 6x ist gleich 6. Dann teilen wir das Ganze noch durch 6. Und damit haben wir schon unsere Wendestelle bei 1. Also, und auch wenn unsere Funktion jetzt, unsere Anfangsfunktion so einfach ist, dass man sich den Kurvenverlauf eigentlich schon vorstellen kann, wollen wir jetzt so tun, als kennen wir nicht diesen Kurvenverlauf und versuchen blind oder rein rechnerisch diese Krümmungsverhalten oder diese Krümmungsintervalle zu entscheiden. Dafür empfiehlt sich, sich diese Wendestelle auf eine sogenannte x-Achse vorzustellen. Also ich habe hier so eine x-Achse eingeblendet und ich trage auf dieser Achse die Wendestelle, die wir gerade herausbekommen haben. Wie ihr eigentlich ganz gut erkennen könnt, teilt diese Wendestelle die x-Achse in zwei Bereiche, links und rechts. Und das bedeutet, wir haben dann auch zwei Krümmungsbereiche. Übrigens, ganz weit links ist natürlich das Minusunendliche auf der x-Achse und ganz weit rechts ist das Plusunendlich, so als Grenze gesehen. Unser Ziel ist jetzt, in jeder dieser Bereiche das Vorzeichen der zweiten Ableitung zu finden, weil dieser Vorzeichen, so wie der Krümmungssatz es rechts oben sagt, entscheidet sozusagen das Krümmungsverhalten. Dafür könnt ihr links und rechts neben dieser Wendestelle irgendwelche einfache x-Werte wählen. Zum Beispiel auf der linken Seite ist der einfachste Wert, was ich finden kann, ist selbstverständlich Null. Also wir berechnen hier f' von Null. Und auf der rechten Seite nehme ich natürlich die 2. Also f' von 2. Und diese x-Werte setzen wir jetzt in die zweite Ableitung. Das ist eine relativ einfache Rechnung. 6 mal 0 ergibt 0, minus 6 bleibt minus 6. Also das heißt, hier haben wir ein negatives Vorzeichen. Und wenn ich die 2 einsetze in die zweite Ableitung, dann haben wir 6 mal 2 sind 12, minus 6 sind 6. Also auf der rechten Seite haben wir einen positiven Wert. Das deute ich jetzt auch nochmal mit dem Minus und einem Pluszeichen. Und spätestens jetzt können wir problemlos diese Krümmungsbereiche festlegen. Also von links nach rechts gesehen, haben wir erstmal einen negativen Bereich zwischen minusunendlich und 1. Und das bedeutet, dass die Funktion dort rechts gekrümmt ist. Also das schreibe ich hier nochmal in Intervallschreibweise hin. Von minusunendlich bis 1 ist f von x. abgekürzt rk, also rechtskurve oder rechts gekrümmt. Und auf der rechten Seite, das heißt von 1 bis unendlich, ist f von x natürlich eine Linkskurve oder links gekrümmt. Ich kürze es ab mit rk. Und zum Schluss noch ein paar nützliche Hinweise. Natürlich ist es wichtig, dass ihr in diesem Zusammenhang auch das Monotonieverhalten einer Funktion kennt, sowie ihr in der Lage seid, Hoch- und Tiefpunkte zu berechnen, aber auch Wendepunkte. Wenn Bedarf Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts. Und zum Schluss noch ein? Vielen Dank.